Hallo erstmal. Dies hier ist das Anschlussvideo an das Thema Erwerb und Ausbau der Macht durch Ausschaltung. Das Thema in diesem Video ist Erwerb und Ausbau der Macht durch Gleichschaltung. Die alleinige politische Macht erwarb und sicherte sich Hitler durch die Ausschaltung und durch die Gleichschaltung. Dieser nationalsozialistische Begriff bezeichnet alle Zwangsmaßnahmen, mit denen die NS-Führung 1933 und 1934 die staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen ihrer Eigenständigkeit beraubte und sie der NSDAP unterstellte, beziehungsweise durch die Schaffung paralleler Parteiinstitutionen entmachtete. Das Ziel der Gleichschaltung war die Beseitigung des Gesellschaften. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com www.sofatutor.com Gute Bildung zu Hause! Gute Bildung zu Hause!